In diesem kurzen Tutorial will ich dir eine Möglichkeit zeigen, wie du in WordPress eine Art Suchen- und Ersetzen-Funktion nutzen kannst. Ähnlich wie du das vielleicht aus Textdokumenten wie Word oder so kennst. Nehmen wir nämlich mal an, du hast schon eine Webseite mit vielen Inhalten und zum Beispiel deine Beiträge und Blogartikel auch viel untereinander verlinkt. Und jetzt willst du aber diese Webseite auf eine andere Domain umziehen. Dann sämtliche interne Verlinkungen von Hand zu ändern ist natürlich super umständlich. Und da kommt jetzt das Plugin ins Spiel, das dir diese ganze Arbeit abnimmt. Dieses Plugin heißt Better Search Replace. Du gehst also zu den Plugins und klickst auf Neues Plugin hinzufügen. Und dann kannst du hier einfach suchen nach Better Search Replace. Dann ist es dieses Plugin hier von WP Engine, was wir brauchen. Da klickst du also einmal auf Jetzt installieren und dann auf Aktivieren. Und wenn das Ganze dann aktiviert ist, dann findest du hier unter Werkzeuge jetzt den entsprechenden neuen Menüpunkt. So sieht das Ganze aus. Ist an sich super simpel aufgebaut. Als erstes gibst du hier bei Suchen nach jetzt natürlich ein, was du ersetzen möchtest, also wonach gesucht werden soll. Also was ist quasi die alte Domain jetzt in unserem Beispiel. Da gebe ich jetzt mal ein Beispiel, aber abgekürzt .online-toolkiste.de. Das ist jetzt hier quasi meine alte Domain sozusagen. Und dann bei Ersetzen nach gibst du die neue Domain ein. Und das ist dann jetzt hier bei mir, dass das Ganze ausgeschrieben ist. Also alte Domain, neue Domain. Und dann wählst du als nächstes die Tabellen aus, in denen gesucht werden soll. Diese Tabellen sind aus deiner Datenbank. Also damit WordPress funktioniert, braucht es ja immer eine Datenbank, die im Hintergrund läuft. Und das hier sind eben diese Tabellen aus der Datenbank. Wenn du jetzt deine Domain änderst, dann solltest du am besten einfach alle davon auswählen. Dazu klickst du einfach die erste an. Dann hältst du die Shift-Taste gedrückt und gehst einmal hier ganz bis nach unten. Und klickst dann die letzte an, sodass also alle Tabellen dann hier ausgewählt sind. Wie viele das sind, hängt zum Beispiel immer von den Plugins ab, die du installiert hast und so. Dann gibt es noch ein paar zusätzliche Einstellungen. Die kannst du aber eigentlich alle so lassen. Wichtig ist, dass du hier beim Testlauf den Haken erstmal noch gesetzt lässt. Dann wird nämlich erstmal gar nichts verändert, sondern du siehst quasi nur so eine Art Vorschau, was geändert werden würde, wenn du das dann halt so machen würdest. So einen Testlauf solltest du also auf jeden Fall immer machen. und auch ganz wichtig, auf jeden Fall immer ein Backup von deiner Webseite vorher machen. Falls nämlich in diesem Suchen und Ersetzen Prozess irgendwas schief laufen sollte, dann kannst du im Zweifel einfach das Backup wieder aufspielen und hast eben alles quasi auf dem Ursprungszustand. Das also auf jeden Fall einmal machen. Und ja, genau so das machen wir jetzt auch mal. Der Haken bei Testlauf ist also gesetzt. Dann klicke ich auf Suchen und Ersetzen starten. Und dann werden jetzt also hier meine Tabellen, das siehst du, sind in dem Fall 156, werden jetzt durchsucht. Das warten wir einmal kurz ab. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann sieht das so aus. Du kriegst also jetzt hier oben die Meldung für deinen Testlauf, was also durchsucht wurde, wie viel gefunden wurde und so. Und es wurden jetzt in dem Fall natürlich noch null Änderungen vorgenommen. Du kannst dir jetzt diese Details einmal hier angucken. Das können wir einmal hier aufrufen. Und dann siehst du jetzt hier eben genau in jeder Tabelle von denen, die du eben ausgewählt hast, wo hier die Änderungen sind. Ich suche mal gerade die raus, wo jetzt meine Änderungen vorgenommen werden. Das ist jetzt hier der Fall bei WP Posts. Das ist also hier meine Tabelle in der Datenbank, wo also hier die Beiträge und Seiten von meiner Beispielseite gespeichert werden. Und hier haben wir sechs Änderungen. Das passt auch. Also das ist genau das, was ich eben vorher quasi schon eingefügt hatte. Jetzt hier zum Beispiel, zu Demonstrationszwecken. Das ist also alles richtig. Das heißt, das kannst du dir einmal alles anschauen, gucken, ob das passt. Und wenn ja, dann kannst du hier den Haken rausnehmen bei dem Testlauf. Und dann siehst du, sind die Einstellungen und so sind hier noch genauso gleich wie gerade. Das heißt, wenn du dann jetzt auf den Button klickst, was ich jetzt mal mache, dann wird das Ganze einfach neu gestartet und dann jetzt aber eben wirklich ersetzt. Super praktisch für einen Domain-Umzug. Und wie du siehst, auch wirklich einfach und schnell gemacht. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonniere den Kanal für weitere Tutorials und wir sehen uns dann im nächsten Video.